Bernd Wolf, ein unglaublich facettenreiches Schmucklabel. Was sehen wir denn jetzt hier in diesem Koralleton? Also hier haben wir die Wurzelkoralle, das ist eine ganz besondere Koralle, die schnell wächst, damit einfach auch ein toller, nachwachsender Rohstoff ist so. Man muss da auch nicht Angst haben, dass man irgendwelche Korallenriffen damit zerstört oder was immer. Und was wir verarbeiten, ist die beste Qualität, die es davon gibt. Das ist so ein wunderschönes Leuchten von Farbton, der einfach auch mitreißt. Sehr emotional ist, temperamentvoll und seit vielen Jahren in unserem Sortiment, ich glaube schon seit 20 Jahren und gehört immer mit zu den beliebtesten Knuffstücken. Darf ich sowas mal anziehen? Ja, sehr gerne. Das passt ja jetzt toll zu meiner Bluse. Ton in Ton. Perfekt. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, Orange und Gold sind tatsächlich meine Lieblingsfarben. So schön sonnig. Ja, steht Ihnen auch gut. Wo wird denn das gefertigt? Das wird im Reisamtal bei Freiburgen und zur Manufaktur gefertigt. Wie lange dauert sowas, bis so arbeitfertig bestellt ist? Also es beginnt ja schon, dass das Grundmaterial gegossen wird. Wir haben hier das kleine Mittelteil, da ist übrigens eine Mosaikstruktur drauf, auch seit in den letzten Jahren ein sehr wichtiges Element. Das sieht man auch nochmal hier sehr gut bei dem Collier. Und mit jeder Bewegung hat man da einfach ein schönes Lichtspiel. Das wird zuerst gegossen und dann wird es von Hand gebürstet. Da kommt dann die typische Bernd-Wolf-Mattierung drauf. Ja. Und dann wird es im Anschluss Gold plattiert. Da haben wir ein Mehrschichtverfahren. Viele sagen, es ist das Beste, was es in der Schmuckbranche gibt. Und wir benutzen da einfach 24 Grad Gold, also eine reine Goldplattierung. Und es gibt diesen warmen, sonnigen Farbton. Sehr schön. Vielen Dank.